Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Sind wir tatsächlich nicht, ne? Wir sind nur zweimal gestorben. Das muss ja keiner wissen. So, Karte zurück zum eigentlichen Thema. Die Militärbasis gehört nun uns, das ist gut. Und dann würde ich mal sagen, fliegen wir jetzt mal los zum Zielort, der wo liegt? Ah, da hinten. Okay, los geht's. Sollen wir ein bisschen Auto fahren? Schon lange nicht mehr Fahrzeuge benutzt, ne? Haben wir noch was an Rebellen abworfen? Nö, ne? Nur von einem Signal. Gut, ich habe jetzt auch gelesen, dass wir, wenn wir, ähm... Neue... Ach, hier geht's weiter, Leute. Guckt euch das an. Also nicht mehr da. Wie geplant. Vor Monaten. Gute Arbeit, Mitglieder des Ministeriums zur Verbesserung der Infrastruktur. Ihr habt einen Lauf. Haha. Viva Medici. So, dann kümmern wir uns direkt hier drum. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, nein, oder? Oh, das gibt's gar nicht. Ich dachte, wir kriegen's ganz schnell. Habt ihr gesehen? Ich hab so gesehen, den Fallschirm aufgesaugt. Weg war er. Neue Munition. Neuer Spielspaß. Boom. Boom. Zielen. Wir schieben zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Einsatz von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. Hallo. Kopfler, würde ich sagen, ne? Verschärkung ist schon unterwegs zu euch. Sie in Person eliminieren. Unfassbar, Leute, oder? Unfassbar. Oh, ich seh nichts, ich seh nichts. Ah, hier ist der Transformator. Ich glaub, wir haben's. Ja, wir haben's. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaub, nirgendwo wird jetzt weiter gemacht, oder? Sehr gut. Unsere Basis, würde ich sagen, oder? Ja, tatsächlich. Sie gehört uns. Viel zu einfach. So, haben wir die nämlich auch. Sehr schön. Na, bald gehört das Fleckchen Erde hier uns. Aber, hä? Nur noch zwei Punkte, die wir einnehmen müssen. Wir nehmen die jetzt einfach mal ein und gucken, was danach noch so auf uns zukommt, würde ich behaupten, oder? Wow, 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 wow. Das war, wow, ganz schön knapp. Eigentlich ist das schon die ganze Zeit tot, 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 aber es war ganz schön knapp, würde ich behaupten. So, wir fliegen über unsere frisch eingenommene Basis. Schick, oder, Leute? Würde ich mal grob behaupten. Alles gehört jetzt uns, das ganze Bavarium. Und, und, und. Okay. Haben wir für irgendwas noch Munition? Ja, für die normalen Waffen, super, toll. Okay, Leute, das heißt, das Ganze muss sehr, sehr schnell gehen, ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das heißt, wir entführen jetzt einen Panzer. Mein Panzer, hallo. Sehr schön, das ist doch ganz einfach hier. Alle Achtung, also, hier sind die wohl noch sehr stark vertreten, ne? Das muss ich wohl mal zugeben. So. Unfassbar, Leute, was hier abgeht. So viel Chaos habe ich ja noch nie gesehen. Was macht ihr denn alle hier? Unfassbar. Unfassbar, Leute. Guckt euch mal die Menge an Einheiten an. Das ist doch nicht mehr schön. Los, wir müssen noch schießen können. Hoffe ich zumindest nicht. Sehr schön. So, ganz kurz drehen. Oh, das Ding hält nicht mehr lange. Noch ein paar Schuss vielleicht, Leute. Und wir müssen raus. Abflug, 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 Abflug. Sehr schön. Al Karamba, Leute. Das ist viel zu viel, was hier los ist. Ach, was ist passiert? Ist der Turm eingestürzt? Jetzt ernsthaft? Egal. Kann ich mit dem Ding fahren? Nein. Leute, wir können dieses Ding fahren. Wie geil ist das denn, bitte? Damit möchte ich da einmarschieren. Definitiv. Los geht's. Achtung hinter mir. Vorsichtig. Ich sehe nichts. Ach, Moment. Ich brauche ein paar Waffen, sehe ich gerade. So. Einmal Waffen einsammeln. Wahnsinn, oder? Wie riesig das Ding ist. Ja, so sieht's aus, hä? Also der Wagen hier ist der wahre General. Das Ding ist ja cool. So, ich würde mal sagen, damit marschieren wir doch jetzt einfach mal ein. Hoppla. So gesehen, Entschuldigung. Ist noch was... Ist noch leicht kompliziert damit zu fahren, aber macht ja nichts. So, damit werden wir jetzt dann einfach mal freundlich anklopfen gehen. Er ist ein bisschen kaputt gegangen bei den ganzen Angriffen, die er leider erleiden musste. Hallo zusammen. Und tschüss zusammen, würde ich behaupten. Ach, wie süß er doch ist. Da kommt sogar ein Gegner angefahren. Oh, guckt mal. Und... Schwung. Wir fahren einfach mal drüber. So, schön. Wo ist das Motorrad hinten? Ach, Hermann. Die Verstärkung ist unterwegs. Boah, Leute, guckt euch mal an, was hier wieder für Verstärkung antanzt. Das ist doch nicht normal. Oh, 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 oh. Unfassbar. Aber es macht Bock. Wir fahren einfach so gesehen damit rein. Zerstören schon mal einen gewissen Anteil. Zum Beispiel werde ich jetzt vermutlich hier mit Vollspeed reinfahren. Schön Gas geben. Weiter Gas, 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 Gas. Und abspringen, Leute. Sonst wird es nämlich zu heftig. Oh, 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 oh. Das war nicht der Plan. Das war überhaupt nicht der Plan. Achtung, Achtung. So, darüber. Sehr schön. Nein, das war nicht der Plan. Das war überhaupt nicht der Plan, Leute. Zack. Ja, mit deiner coolen Waffe. Ach, du lebst noch? Unfassbar. Nein, du lebst nicht mehr. Sehr gut. Wo ist deine Waffe? Den nehme ich mit. Von hier aus können wir schon mal da so ein paar Röschereien bolzen. Nein, ich bin gar nicht mehr da draußen, Leute. Treffer. Und Treffer. Sehr schön. Nicht weglaufen. Oh, kommt. Habt euch doch lieb, ihr zwei. Hey, ein Panzer. Dankeschön. Den lai ich mir mal, ja? Geh runter da. Bürger nennt er mich. Mutig, ne? Mich Bürger zu nennen. Alle Achtung. So, wir können dann schon mal losfahren. Stört ja eh keinen hier. Hoppla. Hab's aus Versehen kaputt gemacht. Entschuldigung. Aber es hat tatsächlich was gebracht, mit dem Fahrzeug einfach reinzufahren. Oh, direkt durch. Nicht schlecht. Ich muss auch mehr hängen bekommen hier. So, ein bisschen da kaputt machen. Da hinten was kaputt machen. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Hoppla, würde ich sagen. Auch egal. Macht uns nichts. Wir haben einen dicken Panzer dabei. Verstand. Geschicken zusätzliche Einheiten. Gewonnen. Cooler Move, oder? So. Schade, dass die Helikopter vom Gegner einfach mal verschwinden. Aber jetzt haben wir ein neues Material hier. Somit fehlt jetzt eigentlich nur noch wahrscheinlich irgendeine kleine Pissbasis. Und die wird da vorne sein, denke ich mal. Wir gehen nur mal gucken. Das schaffen wir natürlich in dieser Folge nicht mehr einzunehmen. Aber, ich denke mal, wenn da was sein sollte, werden wir wieder mit dem Bagger hinfahren. Und ich sehe, glaube ich, schon, dass das unser nächstes Ziel sein wird. Auf jeden Fall. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute. Bleibt hier seid. Danke fürs Zusehen. Und Tschüssikowski. Macht's gut.